So Was ist das ich verstehe diese ob unsichtbaren objekte hier nicht ich kann sie auch nicht sehen das ist gerade mein problem Und dann halte ich halt hier Könnt ihr mal bitte sagen was das für ein schildes rot rechts heißt dass man darf nicht lang fahren oder aber hey Macht auch ohne spaß habe ich das spiel habe ich schon ewig nicht mehr gespielt und jetzt seit der neuen Seitdem ich neue grafikkarte habe noch kein einziges mal und das spiel läuft nackig gut Hätte ich niemals im leben gedacht Weiß ich vor auch schon gut aber Jetzt noch mal halleluja da kann ich euch sagen Ja habe so gedacht Die können wir doch mal fahren Da die überhaupt nicht viel leistung hat Es ist ein geswappter jdm wagen Ich gebe jetzt mal im vierten gang voll gas bitte bei so viel wie kam hallo Fünf gänge VW er hier reno clio dabei Opel Corsa glaube ich ist das Natürlich auch vw alle die clios gehen ab beim starten das ist ja Unnormal ist das hier Sonst irgendwas firma Oh nö ne Zurück Bei firma rein Ne firma haben wir noch nichts Ich muss eben kurz noch schnell was gucken Was ganz schnell ist das geht jetzt auch irgendwie ruckgezucki Weil ich bin leider gerade ein bisschen durcheinander Es ist fast Spät Es ist halt spät No